Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Wutprobleme anzunehmen bei Hauptmann Navid Sandstein in Uldum. An dieser Position ist eine wiederholbare Quest. Die kann verfügbar sein, wenn so ein Angriff von Enzot auf das Gebiet Uldum stattfindet, in diesem Gebiet. Nun soll man acht Aquirgelege zerstören. Ich zeige euch mal wie die aussehen und wo ein paar Orte sind von diesen Gelegen. Wie ihr seht gibt es mehr Quest Gebiete und natürlich machen auch hier andere Spieler diese Quest. Deshalb werden nicht alle vorhanden sein. Hier sieht man so ein Aquirgelege. Das sind diese Eierstücke sage ich mal und natürlich wird man auch von Gegnern angegriffen. Die können zum Teil ziemlich hart sein. Hab die Quest vorhin mit einem Charakter gemacht, der Item Level 500 hatte und der hatte sich ziemlich schwer getan. Mit dem Chart bin ich 431 und wie ich sehe ist es wesentlich einfacher. Der Mobil hier bisselite. Mal schauen ob ich ihn schaffe. Ich bin zuversichtlich. Nehme die Quest auf dem PTR auf. Also Patchserver. Und deshalb lag das auch teilweise. Ziemlich stark sogar. Ja jetzt geht es mal weiter. Ihr habt jetzt zwei solche Aquirgelege gesehen. Und die Quest Gebiete habe ich auch gezeigt. Falls das zu schnell war mit der Karte mache ich die gleich nochmal auf. Leider ist dieser Mob hier geeditet. Zum Glück schaffe ich ihn allein. Also in diesem großen Gebiet können diese Gelege sein. Dann hier in diesem kleinen, hier im Süden und hier. Ich werde weiter zerstören und sobald ich acht Stück habe, werde ich mich wieder bei euch melden. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ich habe diese Aquirgelege zerstört. So viele wie nötig waren. Quest ist abzugeben bei Hauptmann Navid Sandstein in Uldum an dieser Position. Hoffen mein Video hat euch geholfen. Falls ja, dürft ihr auch gerne mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert, würde mich sehr freuen. Ich blende euch dazu auch hier in der Mitte zu einem Abonnier Knopf ein. Eizocke Ende.